Moin Moin, hier ist der Asterix wieder, der Wirt der Kultkneipe Erbse in Kiel. Wie ich euch erzählt habe, 1978 hat Didi Seemann die Erbse gegründet. Vorher war dort ein Ollakotten drin. Ollakotten war eine Kneipenkette. Ich weiß nicht, ob es die bundesweit gab, aber auf jeden Fall in Schleswig-Holstein. Das waren Franchise-Unternehmen, so wie McDonalds und so auch. Verschiedene Wirte haben unter dem Namen aufgemacht und das Konzept war Essen, Tanzen und Kneipe. So im Groben erzählt. Und das wollte der Didi eigentlich beibehalten, eben nur nicht mehr unter diesem Franchise-Namen. Die Ollakotten, die haben auch einheitliche Ausstattung gehabt, was Möbel betrifft. Das sah also ganz viel Holz, also richtig rustikal, richtig gemütlich und und und. Und genau so war die Erbse auch ausgestattet. Und die Möbel, die da drin standen, also bis vor kurzem sogar noch, waren über 60 Jahre alt. So, dann hat Didi das Ganze übernommen und einer seiner damaligen Gäste von Anfang an, werdet ihr nicht glauben, war Röttger Feldmann. Der Erfinder von Werner. Aber zu dem Zeitpunkt gab es Werner noch gar nicht. Und Röttger war auch noch gar nicht bekannt. Da, ich habe Didi mal gefragt, wie es zu dem Namen Erbse gekommen ist. Er grinste nur und sagte, ich weiß es nicht. Er wollte den Laden ursprünglich mal Rhodos nennen, weil er eben gerne griechisch isst und auch tatsächlich ganz zu Anfang dort griechisches Essen verkauft hat. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass die anderen, so wie Brösel, alle nicht so begeistert davon waren. Und ich, ich stelle mir vor, weil ich schon viele Geschichten darüber kenne, ich stelle mir tatsächlich vor, dass die da gesessen haben, diskutiert haben über den Namen. Und dort, ich vermute mal, dass es sehr viel Bier gab. Und ich vermute mal, dass das irgendwie so zustande gekommen ist. Die haben den ganzen Abend über den Namen diskutiert. Irgendwann hat einer gesagt, das ist mir doch Bohne. Und dann wird wahrscheinlich, ich stelle mir vor, dass sogar Röttger gesagt hat, ne, Erbse. Also so stelle ich mir das vor. Also wie der Name entstanden ist, weiß keiner. Heute heißen ja so lauter vegane und vegetarische Restaurants Erbse. Hat damit nichts zu tun. Also wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also ich habe ja 2015, habe ich von Didi die Erbse gekauft. Also ich habe sie nicht gepachtet. Ich habe, habe das Ding tatsächlich gekauft mit, mit allen Bildern von Brösel, die da drin hingen, mit allen Rechten, mit Namensrechten und und und. Die Immobilie leider nicht. Die wollte ich eigentlich ein Jahr später kaufen. Also die wurde mir auch angeboten. Die gehörte auch Didi. Also Didi hat drei Jahre die Erbse selbst geführt. Und in der Zeit hat er es tatsächlich geschafft, auch dieses Haus zu kaufen, wo die Erbse drin ist. Das war so ein Mehrfamilienhaus in der Kalwinstraße. Also das Mutterhaus quasi. Da hat er das geschafft. Und dazu gibt es noch eine ganz interessante Geschichte. Aber die erzähle ich euch beim nächsten Mal. Dankeschön.